Die Zwölfjäger Es war einmal ein Prinz, der war tief verliebt in eine schöne Prinzessin. Aber sie fühlte dasselbe nicht für ihn. Eines Tages sagte sie ihm, dass sie einen anderen Mann heiraten würde. Der Prinz war sehr traurig und wusste nicht, was er tun sollte. Aber er gab nicht auf. Er beschloss, einen Plan zu machen, um seine Liebe zurückzugewinnen. Er dachte lange nach und kam dann auf eine Idee. Er würde sich als Jäger verkleiden und in den Dienst des Königs treten, in dessen Königreich die Prinzessin lebte. Der Prinz wusste, dass der König zwölf Jäger suchte, um sein Schloss zu schützen. Also versammelte der Prinz elf seiner treuesten Diener und sie verkleideten sich alle als Jäger. Bevor sie gingen, besuchte der Prinz eine alte Zauberin im Wald. Er bat sie um Hilfe und sie gab ihm ein Tuch, das die Herzen von Menschen zeigen konnte. Wenn du dieses Tuch vor jemanden hältst, sagte die Zauberin, wird es dir zeigen, ob das Herz dieses Menschen für dich schlägt oder nicht. Mit diesem magischen Tuch und seiner Verkleidung machte sich der Prinz mit seinen elf Jägern auf den Weg zum Schloss des Königs. Sie kamen dort an und boten ihre Dienste als Jäger an. Der König war beeindruckt von ihrer Fähigkeit und stellte sie ein. Im Schloss versuchte der Prinz immer in der Nähe der Prinzessin zu sein, ohne seine wahre Identität preiszugeben. Jeden Tag beobachtete er sie und hoffte, dass sie Gefühle für ihn entwickeln würde. Eines Tages, als die Prinzessin im Garten spazieren ging, benutzte der Prinz das magische Tuch, das ihm die Zauberin gegeben hatte. Er hielt es vor ihr und sah, dass ihr Herz für einen anderen Mann schlug. Der Prinz war sehr traurig, aber er gab nicht auf. Er beschloss, seine Identität geheim zu halten und weiterhin als Jäger im Schloss zu arbeiten, in der Hoffnung, dass die Prinzessin eines Tages ihre Meinung ändern würde. Während seiner Zeit im Schloss freundete sich der Prinz mit vielen Menschen an, einschließlich der Diener und der anderen Jäger. Er hörte Geschichten über das Königreich und die Menschen darin. Er lernte, wie wichtig es war, geduldig zu sein und auf wahre Liebe zu warten. Monate vergingen und der Prinz, der immer noch als Jäger verkleidet war, verbrachte viel Zeit mit der Prinzessin. Sie machten lange Spaziergänge, jagten gemeinsam und verbrachten Abende am Kamin, erzählten sich Geschichten und lachten. Mit der Zeit entwickelte die Prinzessin Gefühle für den Jäger, ohne zu wissen, dass er in Wahrheit der Prinz war, den sie zurückgewiesen hatte. Eines Tages organisierte der König ein großes Fest. Alle waren eingeladen, einschließlich der Zwölfjäger. Während des Festes tanzte die Prinzessin mit dem verkleideten Prinzen. Als sie in seinen Augen blickte, spürte sie eine vertraute Verbindung, konnte aber nicht genau sagen, warum. In dieser Nacht konnte der Prinz nicht schlafen. Er beschloss, die Prinzessin zu treffen und ihr die Wahrheit zu sagen. Er ging zu ihrem Zimmer und klopfte leise an ihre Tür. Als sie öffnete und ihn sah, spürte sie, dass etwas Besonderes passieren würde. Der Prinz zog das magische Tuch hervor und hielt es vor die Prinzessin. Diesmal schlug ihr Herz schnell für ihn. Er lächelte und sagte, ich bin der Prinz, den du zurückgewiesen hast. Ich verkleidete mich als Jäger, um in deiner Nähe zu sein und um dich besser kennenzulernen. Die Prinzessin war schockiert, aber auch berührt von seiner Hingabe und seinem Mut. Sie fiel ihm in die Arme und sagte, ich habe mich in den Jäger verliebt, ohne zu wissen, dass du es warst. Aber jetzt, da ich die Wahrheit kenne, liebe ich dich noch mehr. Die beiden beschlossen, zu heiraten und lebten glücklich und zufrieden für den Rest ihres Lebens. Die Geschichte ihrer Liebe wurde in dem Königreich berühmt und diente als Beispiel für die wahre Bedeutung von Liebe, Geduld und Hingabe. Das Königreich feierte ihre Liebe und die Hochzeit war die größte, die jemals gesehen wurde. Die zwölf Jäger, einschließlich des Prinzen, wurden als Helden gefeiert und ihre Geschichte wurde von Generation zu Generation weitererzählt. Die Geschichte der Geschichte der Geschichte der Geschichte des Prinzen, wurden als Helden gefeiert, Vielen Dank.